Das Theater im Kalkwerk in Dietz bietet seit Jahrzehnten jungen Menschen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Bühne. Vor schwerem Stoff hat man keine Angst. So liegt ein Schwerpunkt der Arbeit auf Werken von Shakespeare. Die aktuelle Inszenierung Mars für Mars treibt zum Beispiel menschliche Laster und Tugenden wirklich auf die Spitze. Wir sind also ein bisschen auf Shakespeare abonniert und haben den auch schon auf die verschiedenste Art und Weise inszeniert. Oft mit selbstgeschriebenen Texten oder veränderte Texte, die wir haben. Also zum Beispiel Romeo und Julia haben wir komplett nachgeschrieben, also auch in einen anderen Zeitraum, in einen anderen Ort verlegt und alle Protagonisten nochmal auftreten lassen. Da geht es auch ganz schnell um die existenziellen Probleme der Menschheit. Wie man sieht, ist das hart. Das ist eine harte Nuss und es ist ein großes Werk natürlich. Mars für Mars gehört ja zu den sogenannten Problemstücken. Also im Grund eine Komödie. Komödie wegen des Happy Ends sozusagen. Aber selbst das Happy End ist leicht krude und war auch satirisch gedacht mit den ewig vielen Hochzeiten, die da am Ende stattfinden. Und trotz der eigentlich alten Texte findet sich das Ensemble ganz schnell in der heutigen Zeit wieder. Es geht erstmal um Leben und Tod und dann geht es wie immer und das ist ja das, was uns am meisten interessiert. Also welches Recht hat der Staat in die Privatsphäre der Menschen einzugreifen? Und diese Auseinandersetzung ist uralt. Das kennen wir ja schon bei Antigone. Da ist ja auch der Staat, der bestimmt, ob der Bruder beerdigt werden darf oder nicht. Und wir leben immer noch in diesem Konflikt und streiten uns immer noch mit dem Staat, wenn wir glauben, dass er zu sehr in unsere Privatsphäre eingreift. Die Jugendlichen nehmen die intensive Arbeit mit Texten und Inszenierungen sehr gerne an. Auch in dem Bewusstsein, dass im Kalkwerk schon solide Schauspielkarrieren begründet wurden. Hier finden sich Jugendliche, die sich ausprobieren können, sich entwickeln können, künstlerisch entwickeln können. Und das führt vielfach bis in die großen Häuser der Republik. Also ich selbst habe in diesen Jahren nahezu 200 Schüler gehabt in den 10 Jahren und 20 davon sind Profis. Tobias Winter, dessen Vita trotz seiner jugendlichen Erscheinung schon ein bewegtes Leben rund um Theater, Kunst und Film dokumentiert, hat in Dietz in Sachen Theater und Theaterschule eine sehr erfolgreiche Aufbauarbeit geleistet. Ich habe erst dieses Theater hier gebaut und dann hat sich eine Theatergruppe gebildet und dann haben sich auch die Profis von den Laien getrennt. Und aus diesem Laienensemble ist dann ziemlich schnell nach Beginn die Theaterschule entstanden. Und ja, das hing damit zusammen, dass ich Unterricht gegeben habe und damit die ein bisschen besser mit den Texten zurechtkamen und so weiter. Und ja, das ist halt jetzt immer noch so. Alles Erhabene, was du gebärst, stammt direkt aus dem Niedrigen. Auch mutig bist du nicht, denn du fürchtest dich vor den Zungen kleiner, lächerlicher Würmer. Die höchste Ruhe, die dir bevorsteht, ist der Schlaf. Und diesen Sehnszustellen, der Tod ist auch nichts anderes. Sehr diszipliniert sind die Jugendlichen bei der Sache. Auch sehr lange und wegen des alten Sprachdoktus sehr komplizierte Textpassagen sind verinnerlicht und werden überzeugend auf die Bühne gebracht. Wir wollten ein großes Transparent aufhängen. Theater ist Arbeit. Aber der Anspruch ist schon, ernsthaftes Theater zu machen, über das man diskutieren kann. Also wo man sich das nicht anschaut, weil man einen Familienmitglied auf der Bühne sieht, sondern weil man Maß für Maß sehen will und weil man weiß, dass im Kalkwerk Shakespeare eine Dependanz hat. Und diese Dependanz hat sich ihren ausgezeichneten Ruf über die Jahre Stück für Stück erspielt. Angeleitet mit hoher Kompetenz und feinem Fingerspitzengefühl. Umgesetzt mit riesigem Fleiß, viel Talent und großer Liebe zum spannenden Medium Theater. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.